So sieht er aus, der neue Mini. Mit einem Festakt im Werk Oxford feierte BMW die Weltpremiere der nächsten Generation des Kultautos. Seit 2001 gehört Mini zum BMW-Konzern. Komplett neu entwickelt, bleibt die Mini-Identität auch beim Neuen unverkennbar. In den letzten zwei Jahren hat sich in Oxford und Swingdon viel getan. 750 Millionen Pfund sind in neue Gebäude und Produktionsanlagen investiert worden und natürlich auch in die Ausbildung der Mitarbeiter, damit wir den neuen Mini herstellen können. Diese Investitionen sind Teil der internationalen Wachstumsstrategie der Marke. In Großbritannien liegen die Wurzeln der Mini-Produktion. Allein im Werk Oxford werden täglich bis zu 900 Exemplare gefertigt. Insgesamt liefen hier schon weit über zwei Millionen Fahrzeuge vom Band. Im Jahr 1959 sorgte der erste Mini für eine Revolution des Automobilmarktes. Der Brite wurde zu einer Stil-Ikone. Wir werden von 2012 bis 2015 750 Millionen Pfund in das gesamte Mini-Production-Triangle investieren. Das heißt hier gut 500 Millionen Pfund in Oxford und ungefähr die Hälfte jeweils dann in Swingdon & Hems Hall. Und das ist eine signifikanter Investition in ganz neue Technologien wie ein neuer Karosseriebau hier beispielsweise am Standort, der über 1000 neue Roboter haben wird. Wir haben in die Lackiererei investiert. Wir haben in jeden Bereich der Fabrik investiert, um sie auf einen neuesten technologischen Stand in Richtung Produkt, Prozess oder auch Nachhaltigkeit, Umweltschutz zu bringen. Unter der Haube steckt eine vollkommen neue Motorengeneration von BMW. Der Einstiegsbenziner und der Dieselmotor sind erstmals Dreizylinder. Zusammen mit der Mini-Twin-Power-Turbotechnologie bieten sie verbesserte Fahrleistungen bei stark reduziertem Verbrauch. Doch die Vierzylinder verschwinden nicht völlig aus der Motorenpalette. Der von uns getestete Cooper S kommt mit einem starken Vierzylinder-Otto-Motor, der 141 kW leistet. Er sprintet in 6,8 Sekunden von 0 auf 100 kmh und hat seine Spitze bei 235. Der Verbrauch liegt bei 5,7 Litern auf 100 Kilometern. Das Spannendste ist, dass wir heute hier in Oxford, dem Herz von Mini, sind und dass das Auto rausgeht in die ganze Welt. Wir verkaufen es in 107 Ländern. Es ist also nicht nur hier in Großbritannien ein Erfolg, sondern eine starke Marke weltweit. Der neue Mini Cooper S unterstreicht seine sportliche Ausstrahlung unter anderem durch einen Kühlergrill im Wabenmuster, der nun auch ein in Chrom gefasstes S-Logo trägt. Die Abgasanlage ist sportlich in der Mitte angeordnet. Die zusätzliche Öffnung in der Fronthaube und die Rallyestreifen unterstreichen den athletischen Look des neuen Cooper S. Die Dreiteilung von Fahrzeugkörper, Fahrgastzelle und Dach geben die markentypische Formensprache wieder. Klassisch runde Scheinwerfer, die erstmals in dem Segment optional auch als LED-Scheinwerfer erhältlich sind, machen den Mini einzigartig. Wichtig ist für mich, dass dieser neue Mini die Kombination aus Tradition und Innovation vereint. Und wenn man nun zurückblickt auf die Wiedergeburt von Mini im Jahr 2001, haben wir seitdem 2,5 Millionen Minis weltweit verkauft. Dementsprechend bin ich sehr zuversichtlich, dass die Erfolgsgeschichte des Mini weitergehen wird. Als Lifestyle-Flitzer steht der neue Mini ganz im Zeichen der digitalen Vernetzung. Ein Jock-Shuttle mit Handschriftenerkennung erleichtert die Bedienung des Zentralinstruments. Dazu gibt es optional fast alles, was zum Premium-Segment dazugehört. Ein Head-Up-Display, Personenwarnung mit Anbremsfunktion, adaptiver Tempomat, Verkehrszeichenerkennung, eine Rückfahrkamera und und und. Farbige Lichtbögen am TFT-Display unterstreichen das junge Design. In Sachen Gepäckraumvolumen punktet der neue Mini auch gegenüber seinem Vorgänger. Mit 51 Litern mehr kommt er nun auf 211 Liter Fassungsvermögen. Der Mini Cooper S kommt im Frühjahr 2014 ab 23.800 Euro auf die deutschen Straßen.